Deutschland und Frankreich entwickeln gemeinsam ein neues Kampfflugzeug. FCAS ist das bisher teuerste europäische Rüstungsprojekt. Nun steigt auch Spanien offiziell ein. Das birgt auch Risiken. Um die Ausrüstung der Bundeswehr steht es schlecht. Das ist nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bekannt. An allen Ecken und Enden fehlt Material, oder es funktioniert nicht. Auch die Kampfflugzeuge sind in die Jahre gekommen. Die Tornados der Bundeswehr fliegen seit Anfang der 1980er, der Euroviegter seit Mitte der 1990er Jahre. Wenn sie denn fliegen, 2017 haben Deutschland und Frankreich beschlossen, gemeinsam einen neuen Kampf hier zu entwickeln. Denn die Rafale-Maschinen der französischen Luftwaffe sind ebenfalls technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. FCAS war geboren, das future Combat Air-System, künftiges Luftkampfsystem. Europa wollten nicht mehr länger zu sehen, wie die USA beim Bau von Militärflugzeugen den Ton angeben. Aktuell gilt die F-35 des US-Herstellers Lockheed als der modernste Kampfhirt der Welt. Kein europäisches Land kann das allein stemmen. Schon bald war klar. Auch Spanien soll Partner von FCAS werden. Denn kein europäisches Land, nicht Deutschland, nicht Frankreich, ist in der Lage, ein Projekt wie FCAS allein zu stemmen. Sowohl finanziell als auch industriell, erklärt Militärexpertin Ulrike Franke von der Denkfabrik Europäern Kunzil auf vorreigen Relations. Dazu kommt. Bauen europäische Partner zusammen ein Flugzeug, können sie bei gemeinsamen Einsätzen besser kooperieren. Schätzungsweise 100 Milliarden Euro fließen in die Entwicklung von FCAS. Damit ist es das teuerste europäische Rüstungsprojekt, das es bislang gab. Mit dem neuen Kampfhirt allein ist es nicht getan. FCAS soll ein Waffensystem sein, zu dem auch Drohnen, künstliche Intelligenz und Satellitentechnik gehören. Es geht um eine vernetzte Kriegsführung. Ein Kampfhirt steht in direkter Verbindung mit einem Drohnenschwarm und vielleicht auch mit Kriegsschiffen auf dem Meer. Seit 2019 ist Spanien an Planungen für FCAS beteiligt, heute steigt das Land auch offiziell mit ein. In Madrid steht die Beitrittszeremonie an, zu der auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erwartet wird. Drei Player sind besser als nur zwei. Dass Spanien FCAS Partner wird, bringt aus Sicht von Ulrike Franke vor allem Vorteile. Wenn mehr Firmen beteiligt sind, ist auch mehr Knovo im Spiel. Sollten sich Deutschland und Frankreich auf der politischen Ebene in Fragen zur Entwicklung nicht einig werden, könnte Spanien als eine Art schlichter Eingreifen und Vermitten. Allerdings gibt sie zu bedenken. Je mehr Akteure involviert sind, ob auf der industriellen oder der politischen Ebene, umso komplexer wird das Ganze. Doch komplex ist FCAS ohnehin schon. Unzählige Unternehmen und Startups sind an dem Projekt beteiligt. Von politischen Machtspielen ganz zu schweigen. Die Machtverhältnisse dürften durch den Einstieg Spaniens noch komplizierter werden. In welche Richtung sie sich verschieben, da wagt Expertin Franke keine Prognose. Die französische Regierung hat jedenfalls schon mehrmals klargestellt, dass sie die Führungsrolle bei FCAS hat und diese auch behalten will. Tobik Tofeil. Auch wenn Spanien nun offizieller Partner wird. FCAS gilt als Vorzeigeprojekt der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ein Scheitern wäre aus politischen Gründen fatal. Doch das Konstrukt ist wackelig. Das wurde im vergangenen Jahr deutlich. Die großen beteiligten Firmen Airbus und Dassault führten einen monatelangen Kleinkrieg. Es ging unter anderem um Fragen der Organisation des Projekts. Im Dezember 2022 konnten sich die Konzerne schließlich einigen und es war klar, dass die Entwicklung von FCAS weitergeht. Und frisches Geld aus Paris und Berlin fließt. Es hängt politisch, industriell und nicht zuletzt militärisch sehr viel am FCAS-Projekt, sagt Franke. Und deshalb habe ich inzwischen den Eindruck, dass es Tobik Tofeil ist. Also zu groß zum Scheitern. Bemannt oder unbemannt. Wie der neue Kampf wird konkret aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Lange wurde diskutiert, ob es ein bemanntes oder ein unbemanntes Flugzeug werden soll. Dabei ging es nicht nur um technische, auch um politische und ethische Fragen. Wo beginnt ein automatisierter Angriff, an welcher Stelle entscheiden Soldatinnen und Soldaten über den Einsatz von Waffen? Nach aktuellem Stand soll das FCAS-Flugzeug bemannt sein, ein Pilot oder eine Pilotin treffen Entscheidungen im Cockpit. Ein Demo-Flugzeug könnte 2029 fertig sein und zu einem Erstflug abheben. Bis FCAS marktreif ist, dürften noch mindestens die Fahrzeuge kommen.